Wir investieren doch, weil wir davon ausgehen und erwarten, dass der Aktienmarkt langfristig nach oben schwankt. Da wäre es doch super, wenn man diese langfristigen Steigerungen noch verstärken könnte. Wenn man also den Gewinn verdoppeln, verdreifachen oder sogar verfünffachen könnte. Und tatsächlich geht das sogar ziemlich einfach, nämlich mit Hebel-ETFs. Mit denen waren in den letzten Jahren durchaus 700% Rendite drin. Bloß sagt man ihnen nach, dass sie eigentlich fürs langfristige Investieren gar nicht geeignet wären. In diesem Video klären wir, stimmt das überhaupt? Wenn du neu bist auf unserem Kanal oder dir nicht sicher bist, ob die wichtigsten Finanzprodukte bei dir noch passen, dann check das doch mal hier oben oder unten in der Videobeschreibung unter dem Link, unter dem wir dir die Finanztip Basics nochmal zusammengestellt haben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Wir machen das mit den Hebel-ETFs in folgenden Schritten. Zunächst einmal, wie funktionieren Hebel-ETFs eigentlich? Und dabei klären wir, was sind Futures und was ist der sogenannte Volatility-Drag? Dann schauen wir uns an, wie Hebel-ETFs in verschiedenen Marktphasen gelaufen sind. Und zum Schluss kann man jetzt Hebel-ETFs fürs klassische Buy-and-Hold-Investieren benutzen. Wenn du schon einmal was von Hebel-ETFs gehört hast und für dich selbst beschlossen hast, ah, das ist mir viel zu heiß, dann lass dich doch mal kurz auf folgenden Gedanken ein. Wir sagen doch immer, dass der weltweite Aktienmarkt sich von Crashes von 50% und mehr immer wieder erholt hat. Wieso sollte sich dann nicht ein Hebel-ETF auf den weltweiten Aktienmarkt von einem Crash und noch heftigeren Verlusten ebenso schnell wiederholen und noch viel krasser in die Höhe schießen? Let's find out. Was ist ein Hebel-ETF? Das ist schnell erklärt. Ein Hebel-ETF mit Hebel 2 auf den DAX, ein sogenannter DAX mal 2 ETF, der verstärkt den DAX um das Doppelte, nach oben wie nach unten. Wenn der DAX um 1% steigt, dann steigt ein DAX mal 2 ETF an demselben Tag um 2%. Wenn der DAX an einem Tag 2% verliert, dann verliert ein DAX mal 2 ETF 4%. Wichtig ist, das wird immer pro Tag gerechnet. Welche Auswirkungen das hat, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal schauen wir unter die Motorhaube. Wie macht ein Hebel-ETF das eigentlich mit dem Hebel? Vereinfacht gesagt, kauft ein Hebel-ETF in aller Regel Futures, Terminkontakte. Das bedeutet, unser DAX mal 2 ETF, der kauft einen Vertrag, einen Kontrakt eben, der ihm zu einem bestimmten Datum, zum Beispiel zu Ende Januar, zusichert, dass er die Aktien des DAX zu einem bestimmten Wert, zum Beispiel für 100.000 Euro kaufen kann. Der Clou ist nun, dass unser DAX mal 2 ETF erstmal nicht die vollen 100.000 Euro an den Broker, bei dem er den Future kauft, bezahlen muss, sondern er muss erstmal nur eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ein sogenanntes Collateral oder Collateral Margin. Sagen wir mal in unserem Beispiel, dass das Collateral 50% beträgt, dann muss unser ETF 50.000 Euro hinterlegen. 1 durch 50% ist gleich 2, ist gleich Hebel von 2. Aus der Höhe des Collaterals ergibt sich der Hebel des ETF. Jetzt sagen wir mal, die Aktien, also der DAX steigt und deswegen steigt auch der Wert des Futures, zum Beispiel um 5% auf 105.000 Euro. Jetzt kann unser DAX mal 2 ETF den Future natürlich wieder verkaufen mit Gewinn, 5.000 Euro Gewinn. Bloß bezogen auf seine 50.000 Euro Collateral Sicherheitsleistung, die er hinterlegt hat, macht er nicht 5% Gewinn, sondern natürlich 5.000 durch 50.000, 10% Gewinn. Also hat er den Gewinn verdoppelt prozentual. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass dieses Verdoppeln von Gewinnen und auch Verlusten immer täglich funktioniert. Daraus ergibt sich ein grundsätzliches Problem von Hebel ETFs, nämlich der sogenannte Volatility Drag. Was ist das? Sagen wir mal, der DAX steht bei 15.000 Punkten und unser DAX mal 2 ETF bei einem Kurs von 100 Euro. Jetzt fällt der DAX an einem Tag um 5%, runter auf 14.250 Punkte. Der Hebel ETF, der DAX mal 2 ETF, der verdoppelt jetzt diesen Verlust, 10%, also fällt er runter von 100 Euro auf 90 Euro im Kurs. Am nächsten Tag erholt sich der DAX wieder, er steigt wieder auf 15.000 Punkte. Das entspricht einer Tagesrendite von plus 5,3% und im DAX haben wir damit natürlich plus minus 0. Unser DAX mal 2 ETF, der verdoppelt jetzt wieder die Tagesrendite, nämlich 5,3% mal 2, 10,6%. Bloß, wenn wir 10,6% auf einem Kurs von 90 Euro draufrechnen, dann landen wir leider nur bei 99,47 Euro. Und damit hätten wir mit dem DAX mal 2 ETF einen kleinen Verlust eingefahren von ca. 0,5%, obwohl der DAX ja bei plus minus 0 steht. Und diesen kleinen Verlust, den nennt man Volatility Drag. Also Verlust durch Schwankung, Verlust durch Volatilität. Die Schwankung zieht den Hebel ETF im Vergleich zu seinem Index etwas nach unten. Und das Ganze funktioniert leider auch andersherum. Sagen wir, an Tag 1 schießt der DAX von 15.000 Punkten 5% nach oben, um am nächsten Tag wieder runter zu gehen auf 15.000. An Tag 1 verdoppelt der DAX mal 2 ETF wieder die Rendite, geht auf 110 Euro von 100 Euro rauf. Aber danach stürzt er etwas stärker ab als der DAX und landet bei 99,52 Euro. Also wieder ca. 0,5% Verlust gegenüber dem DAX. Je höher die Schwankungen im Index sind, desto höher ist auch der Volatility Drag. Desto höher sind die Verluste des Hebel ETFs durch diese Schwankungen. Und was wir noch nicht eingerechnet haben ist, dass die Kosten eines solchen Hebel ETFs schon ein gutes Stück höher sind als die von normalen ETFs. Vielleicht so bei ca. 0,9% pro Jahr an TR, an Total Expense Ratio, versus vielleicht 0,2 oder 0,3% für einen normalen Welt ETF. Aber was heißt das jetzt konkret? Wie sind Hebel ETFs in der Vergangenheit gelaufen? Eignen sie sich jetzt gar nicht als Langfristinvestment? Oder vielleicht doch? Als erstes blicken wir auf die jüngere Vergangenheit, die letzten vier Jahre Corona-Krise inklusive. Da wir euch ja sowieso nicht raten, in den DAX zu investieren, hat Philipp, unser Analysechef von Finanztip, einen Hebel ETF mal 2 auf den MSCI World nachgebaut. Also MSCI World mal 2. Und die Kosten für seinen Hebel ETF haben wir da jetzt schon abgezogen. Und hier der MSCI World von Mitte 2017 bis Mitte 2021. Einmal normal und einmal mit Hebel 2. Was ihr sofort erkennen könnt, ist, dass der Hebel ETF mal 2 vor der Corona-Krise deutlich über dem normalen MSCI World natürlich steht, dann ganz schön heftig nach unten kracht und durch die schnelle Erholung dann wieder ganz schön nach oben abhebt. Nach vier Jahren wären aus einer Einmalanlage von 10.000 Euro im normalen MSCI World circa 16.000 Euro geworden, im MSCI World mal 2 Hebel ETF circa 22.000 Euro. 16.000 Euro, 22.000 Euro, ungefähr der doppelte Gewinn. Hebel 2, passt doch, könnte man meinen, oder? Hm, naja, im normalen MSCI World beträgt die Rendite pro Jahr 12,1 Prozent, im Hebel 2 ETF 21,3 Prozent. Jetzt nicht ganz mal 2. Und auch wenn wir uns den maximalen Verlust vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt anschauen, dann sind es im normalen MSCI World minus 34 Prozent, im Hebel ETF aber in Anführungszeichen nur minus 58 Prozent. Auch nicht wirklich mal 2. Schauen wir uns das mal für 10 Jahre statt nur für 4 Jahre an. 2011 bis 2021. In diesem Jahrzehnt ist bekanntlich der MSCI World sehr schön gestiegen. Aus 10.000 Euro Einmalanlage wären 34.000 Euro geworden. Und der Hebel 2 ETF am Ende 2021 83.000 Euro. 83.000 Euro und nicht nur 58.000 Euro übrigens. 83.000 Euro oder 700 Prozent Rendite, krasse Sache. Der Hebel 2 ETF hat eine durchschnittliche Rendite pro Jahr von 21,6 Prozent pro Jahr gemacht versus nur 11,9 Prozent pro Jahr im normalen Index. Da ist doch das Konzept richtig gut aufgegangen über 10 Jahre. Ihr investiert immer noch in die breite Weltwirtschaft, in den breiten weltweiten Aktienmarkt. Und wenn ihr bereit seid, einen zwischenzeitlichen Verlust von minus 58 Prozent in der Corona-Krise auszuhalten, was spricht dann da eigentlich gegen so einen Hebel 2? Die letzten 10 Börsenjahre waren natürlich insgesamt mega. Machen wir uns erstmal klar, wie das mit einem Hebel ETF läuft, wenn es eben nicht gut läuft. 2001 bis 2010. Zwei Börsencrashes inklusive. In der Dotcom-Krise geht der MSCI World über drei Jahre um 50 Prozent nach unten. Und der Hebel 2 ETF? Um 78 Prozent im Tiefpunkt. Okay, jetzt nicht das Doppelte von 50 Prozent, dann wäre er ja bei Null. Aber 78 Prozent Verlust? Stellt euch das mal vor. Von 10.000 Euro wären nur noch 2.200 Euro da. Fragt euch mal, würdet ihr das aushalten? Würdet ihr das mitmachen oder hättet ihr nicht längst mit Verlust verkauft? Würde euer Magen da noch mitspielen? Und wie ihr in der Folge deutlich seht, erholt sich leider auch der Hebel 2 ETF jetzt nicht vollständig von seinem Verlust, sondern der bleibt in der Folge immer deutlich unter dem MSCI World und erholt sich nur so auf ca. 80 Prozent. Das ist eine Folge dieses Volatility-Tracks, der Verluste durch Schwankungen. Und umso mehr haut die nächste Finanzkrise, 2007, 2008, dann nochmal rein. Nach 10 schmerzvollen Jahren sind im normalen MSCI World von 10.000 Euro nur noch 8.700 Euro übrig, im Hebel 2 aber nur 4.900 Euro. Durchschnittliche Rendite im normalen MSCI World über die 10 Jahre minus 1,5 Prozent pro Jahr, im Hebel 2 ETF minus 6,9 Prozent pro Jahr. Maximaler Verlust im Tiefpunkt März 2009 minus 85 Prozent. Das ist ganz schön harter Tobak. Jetzt könnten die wirklich hartgesottenen unter euch sagen, ja gut, mein ganzes Geld würde ich dann natürlich nie reinstecken in so ein Hebel ETF. Aber mit einem Teil von meinem Geld könnte ich das ja schon machen. Wenn ich darauf aus bin, solche Gewinne zu machen, dann muss ich auch bereit sein, solche Verluste mal mitzugehen und auszusitzen. Denn die Investmentstrategie dahinter, die ist ja nach wie vor breit diversifiziert, die passt ja trotzdem. Um jetzt zu beurteilen, ob diesem höheren Risiko auch eine angemessene höhere Rendite gegenübersteht, schauen wir mal auf das Gesamtbild. 20 Jahre, 2001 bis 2021. Was sehen wir? Zunächst mal, dass ihr mit diesem Hebel 2 ETF knapp 15 Jahre im Minus gewesen wärt. Also etwas länger als mit dem normalen MSCI World, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel länger. Kein Riesenunterschied. Und hinten raus durch die positive Entwicklung, da zieht der Hebel 2 ETF natürlich schön nach oben weg. Das kennen wir von vorhin schon. Über die gesamten 20 Jahre wären aus 10.000 Euro im normalen MSCI World 29.000 Euro circa geworden, was einer vernünftigen Rendite von 5,3% pro Jahr entspricht. Im Hebel 2 ETF wären es circa 40.000 Euro nach 20 Jahren gewesen, Rendite 7,0% pro Jahr. Jetzt lassen wir mal die heftigen Schwankungen tatsächlich außen vor. Sagen wir, euer Magen verträgt das, diese ganzen Schwankungen und minus 85% maximalen Verlust im Tiefpunkt. Sagen wir, haltet das aus. Wie sieht dann der Gewinn eigentlich aus? Der normale MSCI World hat euch zum Schluss 29.000 Euro, also 19.000 Euro Gewinn rausgeschmissen. Jetzt würde man eigentlich bei einem Hebel 2 so oberflächlich erwarten, dass der Gewinn verdoppelt wird, also 38.000 Euro Gewinn. Tatsächlich schmeißt der Hebel 2 aber nur 40.000 Euro raus, also nur 30.000 Euro Gewinn und nicht 38.000 Euro Gewinn. Und woher kommt das, dass da der Gewinn nicht ganz so hoch ist? Wieder durch den Volatility Drag, durch die zwischenzeitlichen kleinen Verluste, durch die Schwankungen. Und das bringt uns direkt zu unserem Fazit. Eignen sich Hebel ETFs als langfristiges Buy-and-Hold-Investment? Tendenz nein. Denn im Vergleich zu dem Risiko, das ihr mit dem Hebel ETF eingeht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr eben keine angemessene Rendite einsackt. Dass euer Gewinn letztendlich nicht so hoch ist, weil der Volatility Drag unterwegs sozusagen immer wieder was auffrisst. Ob ein Hebel ETF für euch gut funktioniert, ist fahrtabhängig. Also abhängig davon, welche Abfolge von Marktphasen ihr mehr oder weniger zufälligerweise erwischt. Das kann total gut laufen, so wie in den letzten 10 Jahren, siehe 700% Gewinn. Aber das ist leider nicht der Normalfall. Ihr müsst riesige Verluste zwischenzeitlich aushalten können. Ein Totalverlust ist zwar theoretisch möglich, aber bei einem breiten Weltindex sehr unwahrscheinlich. Bei einem Hebel von 2 müsste der Weltindex an einem Tag um ca. 50% fallen. Das Risiko besteht vor allen Dingen für euch darin, dass ihr auch mal in eine längere Seitwärtsbewegung des Marktes reinlauft. Mit ordentlicher Schwankung. Und diese Schwankungen zehren dann laufend während dieser Seitwärtsbewegung an eurer Rendite. Die höheren Kosten eines solchen Hebel ETFs im Vergleich zu einem normalen ETF spielen angesichts der enormen Gewinne und enormen Verluste nur eine untergeordnete Rolle. Und war das interessant für euch? Habt ihr was gelernt über Hebel ETFs? Würdet ihr solche Instrumente bei euch im Depot einsetzen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Hier sind unsere anderen Videos zum ganzen Thema ETF, wenn ihr euch grundlegend informieren wollt. Und lasst uns doch ein Like da, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Saidi. Wir sehen uns Wir sehen uns